Moin! Ich werde jetzt mal die beliebige Tasse drücken, um fortzufahren. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Kampagne fortsetzen. Das muss ja eigentlich dann das laden, was ich jetzt gespielt habe. Machen wir mal. So, da hört man eine Kurve. Das ist ja Rache und die Wächter. Der neueste Ableger und inzwischen wird es doch eher anerkannt, dass das Spiel ganz gut ist. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, finde ich auch. Ich muss mich da jetzt immer wieder rein finden. Wir haben ja letztes Mal das Tutorial durchgespielt und auch noch ein bisschen weiter. Jetzt muss ich mal gucken, was wird denn hier? Schließe ich euch an. Achso, die sind jetzt neu. Die habe ich ausgebildet. Hier oben ist ja noch gar nichts. Da muss ich mal gucken, ob ich hier was bauen kann. Na, was ist das hier? Ich bin ja hier noch scharf. Hier sind ja zwei, vier, fünf Kisten. Wie viele sind denn hier drin? Das ist ja nichts. Wo habe ich denn meine Hauptstreitmacht? Ah, die sieht aus wie meine Hauptstreitmacht. Was kann der hier? Loge bauen. Weltenfähigkeit. Lasst euren Lehrling eine Loge bauen, die eure Domäne erweitert. Die bisherige Loge wird zerstört, wenn er eine hatte. Aber ich muss den ja erstmal irgendwo hinbringen hier jetzt, ne? Oh, was ist hier? Gestohlene Seiten. Da müssen wir ja hin. Boah, können wir da auf einen Schlag direkt hin? Ich drücke mal die rechte Maustaste und mal gucken. Aha, bumm. Die Schwerter schlagen aneinander. Ihr könntet einige Einheiten verlieren, aber entscheidender Sieg. Erzauberungen. Minus 50 tägliche. Ja, ich habe eigentlich heute keinen Bock, lange hier zu überlegen. Heute ist nicht so mein Tag, aber ich habe trotzdem Bock, das Spiel zu spielen. Ich sage mal, wir machen automatisch abhandeln. Da ist zwar, sag ich mal, ist immer schlechter, als wenn man das selber spielt. Aber wir haben verdrehtes Horn, Zutat als Beute. Okay, wir haben gewonnen. So. Und nun? Da will ich jetzt hin, ne? Ich will die gestohlenen Seiten haben. Achso, ich habe jetzt alles aufgebraucht hier. Du gehst da mal wieder rein. Und ich will mal hier wieder was bauen, ne? Mal wieder einen Prügler bauen noch ein. Einmal und Einmal, die kosten ja auch Geld. So, hier können wir beliebiges Erz. Haben wir nur das hier. Mal gucken, was wir hier noch so alles haben. Banditenhalskette. Hinterhältige andere. So, ich muss hier noch einen Hammer da reinbringen. Irgendein Hammer hier. Hammer, Hammer, Hammer. Wart für den da. Hitzestein. Wow. Mindere Glyphilfeuerträger. Was ist das denn für einer hier? Brandausnutzen. Erhält beim Angriff auf Feinde, die unterbrennend leiden, einen Bonus. Hm. Was mache ich denn eigentlich mit diesen ganzen Klüven? Muss ich doch auch mal irgendwie verteilen können, ne? Warum schreibt der jetzt hier, ihr habt entdeckt zwei, ich habe doch jetzt hier den dritten schon. Ja, machen wir mal hier. Zack. Gut. Können wir hier noch einen herstellen? Ähm. Den. Den. Und. Feuerstein. Feuerträger. Was war das? Auch. Nö, dann will ich das nicht. Dann will ich das nicht. Was ist das denn hier? Kürz. Alles Feuerträger. Ballon. Hm. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Zusätzliches Leben. Oh. Dann müssen wir das auch herstellen. Zack. Sehr gut. So. Was haben wir denn hier jetzt? Kremu ihre. Ehrlich beschwören. Das haben wir ja schon gekonnt. 20 von 40. Das wird erforscht. Transmutation. Funktion. Gut. Ja, gut. Ich habe ja noch nicht so viele Runden gemacht. Gucken wir mal hier, was hier noch so ist. Heilen. Investiert. Ich möchte, ähm, da gibt es kein Mana. Brauche ich nicht auch ein bisschen Mana noch? Ich glaube, das Mana ist auch wichtig, ne? Ein Kindes hier, da. Gut, dann wollen wir mal Turm. Können wir wieder was bauen. Nächste Stufe wohl 10. Das ist ja noch im Bau hier. Da gibt es denn 5 Forschung. Auf jeden Fall müssen wir noch eine Werkstatt bauen. Ich werde noch mehr Gold kriegen. Gold. Das ist unser Inventar. Ja, im Moment brauchen wir noch nichts verkaufen, glaube ich, ne? Ausbilden haben wir gemacht. Und die Rezepte hier. Alles gut. Also schließen wir das erstmal. So, der sollte erstmal hier... Erstmal warten. So. Warte erst mal, bis die hier fertig sind, die Jungs. Ne? Und... Wer wartet auf die Pfähle? Habe ich da auch noch mal so viele? Was sind die hier? Da sind noch welche. Und das sind die anderen. Und warum der hier den jetzt zeigt, sollte der da hingehen? Was haben wir hier denn? Die bisschen... Die Gebessöhle. Hier werden Feinde auftun. Was haben wir denn noch alles hier? Oh, das sieht ja interessanter aus hier. Segnung und hier in höchster Not. Hier könnt ihr ein Abenteuer erleben. Wieso hatte ich den? Ach, damit die sich regenerieren. So, und. Aha. Die 3D ist schon befördert. Also schließen. So, was noch? Wer wartet denn noch? Das haben wir doch jetzt hier. Lass es erstmal hier bleiben. So, jetzt können wir die Runde beenden. Oh, oh, das kennen wir noch von White & Magic. Ähm. Weiß egal, drauf. Ach, guck an. Also doch. Wir könnten verlieren, aber. Zack. Ja. Und was haben wir? Verdorbener Rubin. Warum kriege ich denn sowas? Aber der wird befördert hier. Das ist gut. Oh, hab aber welche verloren, ne? Ihr durchsucht alle Räume, hä? Das ist gerade mal der Potenzial ist unübersehbar. Diese Methode. Zirkelkonkurrenz. Kein Wunder, dass sie ihn aufhalten wollen. Sie hatten Angst, er könnte ihn ebenbürtig werden. So, was haben wir hier? Turm, Zauberbuchseite. So, also. Ich muss das genauer untersuchen. Dies wird ein Abenteuer beenden. Was auch immer. So, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt einen Turm erobert? Oh. Was ist das? Liegender Turm. Kostet das 15 Steine? Zauberkosten. Die Menge im Mana. Aha. Reißt euren Turm aus dem Boden und lasst ihn frei durch Fiaras schweben. Eine Formel, die euer Meister niedergeschrieben hat. Ihr seid euch nicht sicher. Ihr seid ausgesprochen neugierig auf das Ergebnis. Also kann ich den jetzt fliegen lassen? Will ich aber jetzt nicht. Vier Glüven oder Archiv... Ach so, das ist gut, dass ich die angeschlossen habe. Hier, das habe ich ganz vergessen. Ja. Schauen wir mal, was hier noch kommt. Ehrlich. Ah, sind wir wieder da vorne. Ja. Und das ist die Turm-Zauberbuchseite. Gut. Das haben wir hier. Raum, Baupläne. Da kriege ich Baupläne oder was? Hilft an der jungen Siedlung. Schlagt die vorliegenden Spinnen in den südlichen Wäldern zurück. Also muss ja unten irgendwo. Nebelküste weiß ich nicht. Belagerte Stadt im Osten. Nordlich jetzt Minen von Silbertür. Goldenen Felder wird drauf. Befreut die westliche Zitadele aus dem Begriff der neuen Reinhold. Oh gut. So. Ah ja. Jetzt bin ich hier. Und. Alles ist weg hier. Was kann ich jetzt hier machen? Loge bauen. Dass euer Lehrling eine Loge bauen, die eure Domäne erweitert. Jo. Das mache ich erstmal hier mit dem hier. Den fördern wir erstmal. Können wir Lebenskraft oder Rüstung. Hoge schützen. Ich bin mit Rüstung besser bedient. Obwohl Lebenskraft ist natürlich auch. Mit beides die gleichen Auswirkungen. Letzten Endes. Aber wenn andere auf sie schießen mit Bogen. Dann ist das hier besser. Komm machen wir so. Schließen. So. Und jetzt Loge bauen. Die bisherige Loge. Ja ich weiß gar nicht. Ich habe doch keine Loge. Ich habe doch nur den Turm. Ja. Ich mache das mal. Ich probiere das mal aus. Dafür sind Spiele da. Dass man auch mal was ausprobiert. Ich habe da jetzt drauf geklickt. Ah. Jetzt zeige ich da auch irgendwas an. Ach. Ich muss das jetzt hier. Guck mal. Wenn ich das jetzt so mache. Dann ist die Grenze. Da. Und dann. Wenn ich das jetzt aber verbinden will. Mit meinem. Kann ich auch hier oben. Da muss er aber erst hin. Dann hätte ich das Ding ja mit drin hier. War das sowieso rot. Kann ich nicht. Aber hier in höchster Not. Hier bestimmt. Hier die Loge bauen. Das geht nicht. Aber hier haben wir ja auch noch ein paar Sachen mit drin dann. So. So haben wir die Stadt noch mit drin. Das war falsch. Nochmal. Und dann hatte ich hier. War das jetzt hier. Rechte Maustaste. Ah ja. Jetzt geht er da hin. Und nächste Runde ist er da. Gut. Sind die alle geheilt hier? 78, 42, 73. Ja. Das ist ja very, very, hairy. Dann können wir noch hier mal hingehen. Wer bist du denn? Das sind Orks. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder wir nehmen uns die hier vor. Aber es sieht nicht so aus, als wenn ich da. Ach, hier sind Orks. Ich darf auch nicht zu weit weg, ne? Und die sind in einer Runde fertig. Dann positioniere ich sie mal hier. Ja, wer könnte das sein? Da schauen wir mal. Iria, Magierin des Zirkels. Wie Ara ist seit der Gründung des Zirkels zu einem Ort voll Leben nicht. Und es ist mein Ziel, dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Ja, ein lobenswertes Ziel. Damit verschwindet die Erscheinung wieder. Ja, ich werde an eure Behandlung denken. Bla, bla, bla. Dies wird das Abenteuer beenden. Oh, hier gibt es ganz viele Sachen. Guck mal. Oh, 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 oh. Der Zerfall und Lagerplatz. So, wartet auf Befehle. Der da hinten noch, ne? Der kann noch eine Runde warten. Die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, ne? Hier erforscht Schrein. So, was kriegen wir hier? Segen. 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 Oh, das wollten wir doch auch. Segen, ne? So was von. Dann lassen wir die mal hier warten. Stufenaufstieg verfügbar. Ah, von ihm hier. Heilung plus 100% tägliche Regeneration. Weißresistenz. 25%. Fokus plus 2% fokus. Ja, wäre schön, wenn wir jetzt noch schreiben, was das noch alles so im Einzelnen bedeutet, ne? Aber Heilung, das ist, glaube ich, hier ganz gut, ne? Ja, 104 von 250. Ja, 104 von 250. Gut. Jetzt können wir die Runde beenden. Die sind ja, die Orks. Die sind ja mutig, die Orks. Die Orks. Die Zauberung sind keine Zauberung aktiv. So, ich habe ja. Ich habe ja hier überall die volle Kampfkraft, ne? Und die Jungs hier, die müssen leider verlieren. So, erhaltene Beute, Gold und eine unentdeckte Funktion, was auch immer das heißt. So, wo sind die denn jetzt, da, ne? Die können ich ja alle schon wieder befördern hier. Das ist doch schon mal gut. Pflanze ernten. Erntet eine erntbare Örtlichkeit auf der Weltkarte, um Zutaten zu sammeln. Weißresistenz. Weiß, das ist irgendwie so eine Magie macht. Weiß hier, glaube ich, ne? Wollen wir das jetzt mal nehmen oder sammeln? Das ist ein Speer. Speer. Aber sammeln habe ich noch gar keinen. Dann mache ich das mal hier. So. Schließen. Und dann haben wir hier noch einen. Ach, da sind ja noch zwei. Willenskraft plus 1 und plus 1 Geschwindigkeit. Dann nehmen wir mal Willenskraft. Riesen. Und das sind die Bogenschützen. Rudeltaktik. Für jeden Verbündeten mit Rudeltaktik in ihrem Trupp erhält diese Einheit plus 1 Schaden. Geschossschaden plus 1 Geschossschaden. Na, das ist doch wunderbar. Ne? Wo ist denn der, der jetzt baut? Ist das der hier? Hier hatte ich, ne? Ist das nicht noch besser sogar? Glauben, ne? Dann machen wir das da mal hier. Aha. Jetzt baut er seine Loge hier hin. Und ist verbunden noch mit meinem Bereich da oben. Die Grenzen sind aneinander. Wartet auf Gefädel. So. Ja, wir wollen mal gucken. Wartet auf Gefädel. Ah, da sind sie jetzt alle. Sehr gut. Da müsste ich ja wahrscheinlich noch eine Glyphe oder irgendwas erfinden. Was ist denn das Goblin-Lager? Da waren wir schon. Da ist nichts. Da ist nix. Mit dem anderen. Okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, was machen wir mit dir jetzt? Was? Ich glaube, dich lasse ich erstmal hier. Wenn mich einer angreift, bin ich im Geschütz. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja gar nicht. So. Was ist mit dir? Kann ich dich bewegen? Ja. So. Dann hatte ich irgendwo... Wachturm. Da kann ich Buchseiten oder irgendwas finden. Schwierig. Aha. Natur. Da will ich mal hingehen. So. So. Der Maliaturm ist schief. Haha. Furchtbarer Zustand. Mhm. Geht euch genauer um. Käfer aus dem Westen. Weil der Meister sich zunehmend seltsam hält. Ihr findet das Labor ohne Probleme. Das ist eine schöne Zeichnung, ne? Ja. Die Schränke sind angekaut. Oh Gott. So. Was haben wir denn hier? Bandagen. Katalysator und durchscheinende Seide. Seht euch um. Ein Käfer mit einer Krone. Dann suchen wir jetzt mal das Zimmer von dem Magier. Einem kleinen Loch in den Seiten liegt ein schimmernder Schlüssel versteckt. Riesige Glasgefäße. Tote Käfer. Ah. Tja. War nur getarnt. So. Wollen wir jetzt kämpfen? Ich glaube das war eine relativ große Streitmacht. Ach da unten sehe ich das hier auch. Los. Haltet Stand. Hier wiegt ohne Verlust. Na das ist doch prima. Da. Die haben wir alle gemetzelt. Die Käfer hier. Was haben wir? Gold und unentückte Fraktion. Fortsetzen. XP. Ah. Hier haben wir XP gekriegt. Aha. Folgt ihnen zum Nest. Ah ja. Dann wollen wir die erstmal aufsteigen lassen. Geschwindigkeit und Willenskraft. Schließen. So. Das scheint ja das Nest zu sein. Zumindest sahen wir das eben danach aus. Was bist du denn für einer hier? Brücke. Du sitzt von unabhängig. Und du? Du bist noch am Bauen. Dann brauchen wir noch zwei Runden. So wie es aussieht hier. Und äh. Baustelle. Die Brücke wird von denen da in Beschlag genommen. Und was haben wir hier? Dann wollen wir doch da erstmal hin, ne? Beutelager. Weiter. Ah ja. Das ist jetzt der Hinweis. Die Brücke Lager. Was ist denn das hier? Das ist ein Lager. Sucht an diesem Ort nach Nahrung und Tränken. Täglich plus 100 Leben. Hier könnt ihr ein Abenteuer erleben. Ähm. Es ist ja besser, wir machen das. Ehe die uns in den Rücken fallen. Hier ist wieder die andere hier, ne? Dann gehen wir da mal hin. Eure Kundschaft hat berichtet, dass sie sagen, ah, 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 ah. Sehr merkwürdig glühende Kohlen. Und Lea? Na na. Ach, da kommen sie schon. Die Banditen sind verzweifelt abgemagert. So, dann. Tja. Dann los. Zack. Prima. Fortsetzen. Jetzt, wo die Briganten tot sind. Ich habe ja, ich nehme ein paar Münzen. Lass die beide. Da liegt ein Brief. Der Brief ist, äh, mein Liebster. Vor ein paar Tagen. Sie meinten, du wirst es in Siebenburg treffen. Grüße und küsse M. Komm bitte bald wieder heim. Ah, ich war schwanger. Und wir haben hier ein Diebeszeichen. Questgegenstand Zutat. Ah, ja. Frage mich, was in Siebenburg ist. So, jetzt sind wir da rauf gerutscht. Und können uns noch weiter bewegen. Dann wollen wir hier auch noch hin. Da kriegen wir ja so ein bisschen was Gutes, nicht? Dann los. Nachschlagewerke. Plus 10 Vorschub. Klasse. Fortsetzen. So, jetzt kann ich nicht mehr sehr weit, ne? Einen habe ich noch. Den kann ich noch hier ausputzen. Aber erstmal kann ich den hier noch. Gefördern. Oh, plus 2 Vorschung pro Tag. Dann nehmen wir das. Egal. Riesen. So. 61. 38. 38. 18. Wo haben wir denn? Ähm. Täglich fluss 100 Leben. Und dann bleiben wir da erstmal. Damit die regenerieren, ne? So, jetzt kommen wir. Und dann bleiben wir da erstmal. Runde beenden. Runde beenden. Aber warte mal. Hier oben. Da müssen wir noch was tun. Wir müssen noch ein solches Ding erfinden. Und was haben wir denn hier Schönes? in ein Eisen da rein. Und jetzt. Gesundheit. Das ist das gleiche wie vorher. Dann können wir das wieder rausnehmen. Die kannst du immer nur einmal nehmen. Mindere Glyphegesundheit. Das habe ich doch schon, ne? Glyphegesundheit. Glyphegesundheit. Das ist 10 Leben. Dann nehmen wir das wieder raus. Das haben wir schon mit 2 haben wir da schon. Das kostet 8. Auch 8. Das ist nix. Das haben wir auch schon gehabt. Alles schon gehabt. Was ist denn hier mit? Also die kann ich mit blau hier gut kombinieren. Ist denn hier blau? Gar nicht. Gezweiflung. Plus ein Totschein. Die Nahkampf- und Geschossangriffe dieser Einheit erzeugen Totschein. Ah. Das ist also nicht mehr dadurch. Das ist auch nicht mehr. Also nur ein Totschein. Das answert. Das ist auch nicht mehr Problem workplace. Zum Glück. Ich weiß nicht mehr heights. Ein Liter hat auch der hier nochmal, aber ich glaube, ich kann das wollen. Feuertrieb, Feuerstein, ach ne. Dann schmeiße ich das alles wieder raus. Und habe ich noch anderes Metall? Nein, den kann ich da hinpacken. Feuerträger. Wie ist das alles blöd. Oh, da habe ich schon gleich Feuerträger. Ah, hier habe ich neun. Plus zwei Geschossschaden, das wollen wir haben. Ja, ja. Ja, mach mal. Ne, das ist ja schon mal ne super Entdeckerung. Dann müssen wir wieder den nehmen hier und gucken, wenn wir den gehabt, dann haben wir den. Zweimal können wir den nicht nehmen, habe ich auch nicht mehr. Feuerträger. Das ist nix hier. Gesundheit. Das haben wir doch hier auch schon, ne? Zählen. Und das bringt nix. Ah, falsche Farbe. Ändert auch nix. Bergziege. Minderiglüfe Bergziege. Oh. Herz abbauen. Ja, das ist ja schon mal sehr geil. Jetzt müssen Sie sich mal gucken. Ich habe 28 Gold und gebe mir aus, was ich einnehme. Ah, der ist immer noch im Bau. Oh Mann. Ich dachte, der wird langsam mal fertig. Hier kann ich noch nix weiter bauen jetzt. Schade. Ich brauche hier noch, ne? Inventar. Da kriegen wir plus drei Gold pro Tag. Dann sind wir nicht mehr in den Miesen. Wir haben jetzt ja ein zu viel, den wir ausgeben. Der zieht dann richtig ab, ja? Das müssen wir schaffen, ne? So, Inventar. Goblin Schamane. Aber der kostet zwei Unterhalt hier. Die wird jede Runde fällig. Wollen wir nicht. Dann haben wir ja erstmal alles gemacht. So, dann können wir die Runde beenden. Was haben wir hier noch? Ruf hat sich geändert. Männere Glühfel hergestellt. Hergestellt. Entwicklung. So. So Zauberschmiedezeitentwicklung. Das waren die von fertig. Und dann zack. So, der braucht noch einen Tag. Der ist fertig. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Sind die alle wieder gesund? Ja, guck mal, ne der noch nicht. Der muss noch ein bisschen, eine Runde noch. Aber sie könnten hier mal hin. Ach, das ist von Uriah. Das ist der, der ihre, ihr seiner hier. Oh, ich habe keine Forschung. Banner zu Gold. Verrosten. Eilen. Ich denke mal, das sollte vielleicht... Einheitsfilter. Und Gold aufspüren. Was machen wir erstmal? Kohle brauchen wir immer, ne? So, was haben wir hier? Ist natürlich auch gut, ne? Machen wir das. Transmutation. Achso, das war das hier jetzt. Mana zu Gold. Wandelt Mana in Gold um. Ah, jetzt gibt es 7, 12, 10, 8, 4. Also 2, also immer 2 zu 1. Wie viele Mana habe ich denn überhaupt? Wo ist denn da Mana? Da. Ich kriege jeden Tag 3 Stück dazu. 3 Mana. Da machen wir nicht zu viel weg. Machen wir mal 5. Zack. Hat geklappt hier. Zack. Das ist ja wunderbar. So. Wieso sind das jetzt 10 Runden? Achso, weil ich jetzt das andere genommen habe. Hä? Hä? Die Jumene muss den Turm erreichen. Ah ja. So, ist er denn jetzt fertig hier eigentlich? Eine Runde noch, so wie es aussieht. Dann warten wir die noch ab und dann sollten wir vielleicht den erstmal umhauen oder hier noch ein bisschen warten, bis die alle wieder regeneriert sind. Hier fehlt ja noch ein bisschen. Das sind die Klopper hier, ne? Die Goblin Klopper. Und die sind Stufe 4, ne? Lassen wir die nochmal hier stehen. Sollen sie warten. So, wer wartet denn noch auf, äh, da die... Ja, ich möchte meinen Turm nicht unbewacht lassen. Also, zack. Und Runde beenden. So, jetzt muss ja mein Schüler fertig werden. Ja, da ist er. Ah, guck mal, was wir jetzt haben hier. Oh, wie schön. Guck mal, meine Domäne, die reicht jetzt bis unten hin, oder? Sehe ich das verkehrt? Ja, im Besitz von Spieler. Da können wir jetzt hin. Und was ist das hier? Baustelle. Er lauft schnellere und 10% günstigere Raumherstellung. Ah, die Kontrolle über diesen Ort ist umkämpft. Okay. Lehrlingsloge gebaut. Das ist ja diese hier, ne? Muss ich die jetzt noch irgendwie aufwerten, oder so? Ne, auf jeden Fall lasse ich die da erstmal drin. Erstmal drin. Aber die hier, die müssen doch jetzt hier wieder, ja, so, alle wieder, alle wieder da, ha, dann nehmen wir uns den mal vor, ja? Jawoll. Warte ich mir das auch vorgestellt. Denn, ja, heldenhafter Sieg, ja, plus 1 und unentdeckte Fraktion. Sehr gut. So, jetzt, äh, gehen wir da hin, oder? Was bietet uns denn diese, gar nichts weiter? Äh, das ist umkämpft. Ich will mal gucken. Ah, hier kann ich erstmal befördern. Ja, dann machen wir das erstmal. Das sind die Klopper. Flankierend, oder? Na, komm. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Und der Schamane, ne, Bogenschütze. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Nehmen wir das jetzt mal. Schließen. Sehr schön. Da. Dann wär das ja gut. 100 leben okay dann gehen wir da erst mal wieder hin ich muss immer wieder auf frischen alles wartet auf befehle ach ja das neue gebaute hier die sich auch mal oder wie ich jetzt mal hier hin da nehmen wir das doch meine eine beute plus 2 keine ahnung hier sehen wir es auf einmal mehr hier sie gering und lager und die kann ich befördern oh ja die hammer abgenommen die narration immer nehmen hier steht nichts davon die müssen jetzt abreißen das wäre doch auch noch mal was hier kriege ich jedenfalls immer leben dann gehen wir da mal wieder zurück zurück und stationieren so ach so das ist hier das ist das was er bringt jetzt kriege ich zwei gold und zwei forschung ja hier oben da sieht man das dann können wir erstmal beenden muss ich mit denen ja auch noch mal greifen aber erstmal langsam vorgehen die hier doch das machen woche der wächter alle einheiten verfügen über plus ein weltkarten bewegung städte und denen haben neue ware die zimmer gebaut ja sehr schön guck mal hier habe ich gleich 15 hier das ist doch und entdeckt fragezeichen fortsetzen so das ist jetzt gut dann können wir gleich gut dann können wir gleich den turm kriegen wir noch ein bisschen gold ne hier kriegen wir forschung ach dieses wir ausbauten das ist abreißen kann ich nichts bauen drei räume freigeschaltet so ich möchte aber hier noch mehr hier muss ja gleich auch was passieren dann habe ich ja die erfüllt gehen wir mal hier das dauert noch drei runden hier dauert das noch da haben wir jetzt ja fünf mehr also ist ein drittel schneller jetzt hier kommen wir noch nichts erkennen hier auch nicht so das ist studierzimmer das ist Werkstatt die westliche Zitadelle und die goldenen Felder ich nehme mal das sind diese Käfer hier da werde ich das mal versuchen wo wollte ich denn hin hier wollte ich hin ne so und da bleibst du erst mal wirst du dich wieder aufgeprüft hast und ich glaube ich werde mal Schamanen ausbilden und Bogenschützen ausbilden schließen ich hoffe dass sie denn jetzt hier hin zugefügt werden wollen wir mal sehen wir lernen ja noch wir lernen ja noch so wer wartet noch auf viele der ja ne wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt erstmal eine das muss ja reichen dann machen wir erstmal nochmal ein bisschen schlafen hier da oben was ist das hier für eine Koppelnlage da wollen wir ja auch stehen da wollen wir auch stehen 3 Silo 2 Gold ne 3 Silo 3 Silo Was will Iria? Oh, die kämpft gegen die Spinnen. Neue Bedrohungen erheben sich. Oh Gott, der tut ja nicht nur. Unbekannte Position. Achso, nur weil der hier war. Irgendwie habe ich ja jetzt den hier. Setzen wir da mal hin oder warte mal, ich habe hier glaube ich noch mehr. Das sieht besser aus, das ist eine stärkere Macht hier. Gut, da fehlen noch 6, das ist nicht so wild. Dann wollen wir da mal auf die Viecher. Ach, das war der letzte, den ich noch nicht kann. Okay, wartet auf Befehle. Das soll er auch. Lassen wir den jetzt mal schlafen. So, wartet auf Befehle. Und er kann auch erstmal, aber ich mach den mal so. Und Runde beenden. Oh, guck mal, es vergrößert sich. 興. Gratulation! Meister Magier, yeah! Du machst es gewachsen und der Turm ist größer geworden. Domänenradius plus 1, noch ein Lehrling und Turmräume plus 3. Ja, also man muss hier Magie sammeln, damit man größer wird. So, minus 5, minus 5, minus 5, minus 5. Oh, was ist das? Nehmt mehr Lehrlinge an. Mit einem wachsenden Turm steigt auch die Grenze für eure Lehrlinge. Aufklärungsanstrengung um eine der Arkanen Akademien. Ah, das sind also diese hier. Die müssen wir finden. Da hinten müssen wir hin. Aber jetzt wollen wir erstmal noch mal anderem machen. Erstmal den hier. Okay, wir siegen ohne Verluste. Fortsetzen. Schlachtfeld ist ein reines Chaos. Verwunderbar, ihr seid nach dem Weg. Wer gibt es noch? Aha, Rosadan. Ich entferne eine einzelne Person, die eine Marionette empfiehlt. Oh, 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 oh. Was geht hier vor sich? So, haben wir jetzt hier. Koppel in Bogenschütze ist fertig. Dann wollen wir doch mal gucken, wo er sich anschließt, ne? Hier nicht. Hier hat er sich angeschlossen. Da muss ich ja gleich mal ein bisschen aufteilen. Das ist ja nicht das, was ich will hier. Hier sind auch noch mal Käfer. Wie sieht denn das hier mit meinen Leuten aus? Die habe ich ein bisschen verloren hier. Wo kann ich denn regenerieren? Da nicht. Oh, die könnte ich doch mal hier gleich nach nebenan schicken, ne? Das machen wir mal. So, dass ihr sie merkt betretet. Schöne Zeichnung. Ich habe ja selber auch mal Aquarellen gemalt, aber keinen Bock mehr. Da muss man auch immer Lust zu haben, ne? So wie mit dem Spielen. So, was muss ich dann nachschenken? Gliederbillsaft. Im Winter das Beste, aber es geht. Bis auf Zwiebelsaft. Zwiebelsaft ist sehr gut. Einfach Zwiebel in den Pott schmeißen und kochen. Und den Saft dann genießen. Schmeckt sogar süß. So. 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 Der Brunnen wurde vergiftet. Feuerblatt. Ja. Wie können wir das jetzt reinigen? Heilkräuter. Wir haben doch jetzt einen, der sammeln kann. Gott sei Dank. Mal gucken. Da müssen wir hin. Da auch. Ach Gott. Das ist ja ganz schön weit weg. So viel kann ich aber nicht empfehlen hier. Der hat auch nur Erzabbauung. Die sind jetzt auch wieder zu Hause. Oh, hier kriegst du es ja reichlich. Was ist denn das hier? Hier könnt ihr ein Abenteuer durch die Domäne eures Turms freigeschaltet. Hier gibt es ja richtig Forschung. Richtig gut. Hier gibt es, weiß ich nicht, was ist das? Abwehr. Oh Gott. Dorfgerüche. Das war jetzt der, wo ein paar fehlten hier. Hier. Ich suchte jetzt eine Möglichkeit, die erstmal... Lolli. Ja, ein einsamer Säufer. Das war so klein, ein einsamer Säufer. Seine Worte werden stets injuriert. Ich bin nicht verrückt, ruft er auf einmal. Ich weiß, was ich gehört habe. Der Turm hat geweint. Ah, wir wollen uns das mal anhören. Die Ruinen hat er gesehen. Man sagt, er hat vor hunderten an Jahren ein edler Herr gewohnt. Dessen Sohn hat einen anderen Mann gelebt und er hat sie da gefangen gesetzt, so sagt man hier. Hat sie im höchsten Turm und man hat sie nie wieder gesehen. Ich schwöre bei den Wächtern, ich dachte, das ist ein Märchen, aber es ist wahr, ich habe den Turm gesehen. Ich habe Hilferufe gehört und als ich mich für einen Moment umgedreht habe, war die Ruine weg. Interessant. So, damit haben wir jetzt erstmal wieder die Regeneration hier. Dann machen wir erstmal hier warten. Einmal, dass sie alle wieder vollzählig sind und dann sind wir auch schon wieder dichter hierbei in der nächsten Runde. So, was erwartet denn noch? Ich sag mal, ihr könnt weiter warten. Und ich beende die Runde. So, was haben wir hier? Gut, Meilenstein abgeschlossen. Jetzt können wir wieder was forschen. Das mache ich jetzt als erstes, dass ich das wieder vergesse. So, Nah- und Fernkampfangriffe der verzauberten Einheit verursachen. Schaden, Elementarschaden. Ah! Erfahrungsgewinn zu Vorzauber. Wo brauchen wir sechs, sieben Runden für. Aber, das machen wir mal. Sieben Runden. Jo. Ne, das ergibt sich daraus, dass wir hier nur 15 haben und 100 brauchen. Gucken wir mal Turm. Jetzt wollen wir erstmal wieder einen Turm bauen. Und Gold. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Aber Forschung. Brauchen wir noch ein Studierzimmer. So kann ich das jetzt nicht bauen. Ich kann auch sechs Räume hier. Da brauche ich diese, dafür brauche ich 90 Gold und dafür brauche ich 50. 50, äh, was ist das denn? Also, das dauern noch ein paar Runden. Wenn ich Runde drei bekomme und ich brauche 14, dann brauche ich fünf Runden, bevor ich das bauen kann. Okay. Jo. Jo. Das ist aber klar jetzt, ne? Wie das funktioniert? Jo. Zu mir schon. Geht aber immer das gleiche an, ne? Das ist egal, worauf ich hier klicke. Okay. Keine Raumausbauten. Manna ist das. So. Hätte ich jetzt zehn Manna, dann habe ich 46. Ja. Ne, dann krieg ich plus zehn hier. Dann habe ich in zwei Runden genug. Ist das jetzt klug, das zu machen? Guck, das andere wird ja nicht weniger. Das kriegt noch nichts mehr oben drauf. Eine Runde muss gehen. Was mache ich denn jetzt hiermit? Und wie füge ich die denn hinzu? Da muss ich mal jetzt ein bisschen gucken. Das geht ja gar nicht. Ich ruf mal den Fuzzi auf hier. So. Ah, hier kann ich Glühlen und da kann ich sie hinzupacken. Aha, die kannst du nur ran tun, küsst nicht wieder. Herzabwohnen. Herzabwohnen. schlecht 당연 gebrauchen. Gesundheit. Gesundheit. So, damit hat er jetzt mehr Gesundheit. schließen du wirst der bogenschütze plus zwei geschoss schon zack jetzt haben wir es so für 133 der muss noch der muss noch einiges regenerieren da müssen wir erst mal warten wer wartet denn noch auf befehle die jungs da ich muss ja auch mal los hier hin kann ich stehen hier will ich jetzt loslösen ich werde mich entlassen das gemacht das habe ich schon mal gemacht ist das hier nur möglich wird entlassen hier was ist das hier aber hier habe ich nichts hier habe ich keine ernte dabei wo habe ich denn den ernte ich hatte ja ohne ernte hier da ist ja dann muss ich den nachher und die stillen bringen mann versteckt das machen wir dann erst mal dann und dann den hier oben irgendwo hat die unsere hier noch was gezeigt da ganz oben dann werden wir die runde was ist denn hier passiert ach das ist der schirmal der passt da nicht mal rein entlassen ich will die da raus haben kriegen das in ich mach das mal ja so jetzt ist die ja draußen irgendwo und dann nehme ich mal an dem oder noch mal hin und führen das ist der da mit drin und wo ist der andere der ist jetzt total weg da gibt es nicht wieder ok aber das gab doch die möglichkeit den daraus zu lösen da geht das nur mit bestimmten na egal jetzt haben wir hier jedenfalls ein fettes ding dann wollen wir auch mal wieder ein und ein so wollen wir hier mal gucken bergziege erz abbauen die bewegungsabzüge ignorieren bergziege bogenschütze plus zwei geschossschaden so den will ich jetzt bauen wie kriege ich den jetzt wieder gebaut zeigte er mir nicht das ist ja blöd der hat auch nur die dinger hier feuer träger das ist alles nicht das was ich suche hier ich möchte hier nochmal bogenschütze aber so wie es aussieht und verzweiflung so jetzt habe ich auch kein kann man macht nix jetzt brauche ich ja nur noch hier dann habe ich 50 diese vier dann kann ich bauen darum geht es ja und studierzimmer bringt mir forschung aber ich brauche 50 maler für die werkstatt brauche ich 90 gold dann habe ich auch irgendwann aber hier das ist natürlich wichtiger ja forschung je mehr forschung umso besser so inventar ja gut das wollen wir jetzt nicht ausbilden ist gerade und magie schmieden waren wir ok dann so wer wartete noch hier die werden jetzt alle vollzählig gut dann können wir doch eigentlich erstmal hier einsacken dann haben wir einen mana oh ja plus 15 schönes ding boah das war richtig gut dann kann ich ja jetzt gleich bauen dann machen wir das zack und ein studierzimmer bauen klasse das freut mich dann ja wieder dann können wir das ja auch wieder anders verteilen was haben wir denn hier forschung kenntnis da geht es um die meisterschaft dann ist unser turm wieder ja so haben wir ja machen wir mal so ne hier wenn die meisterschaft erhöht ist ist der einflussbereich auch größer so so mal ein bisschen gucken was hier noch so los ist ähm weizen erntbarer ort ähm ich hab ja sogar einen hier der ernten kann das ist ja wunderbar so was haben wir hier noch Zutatenvorrat ist nicht schlecht aber wir müssen die Käfer erstmal um die Ecke bringen abbaubar ort gehen wir erstmal in die richtung ne so das sind die was ich nicht verstehe ist der jetzt geblieben ist da oben dieser Mist so kann ich nur entlassen aber da muss doch auch irgendwie die ach hier ja Platz für Buch oder Nahkampfwaffe habe ich nicht okay Rüstung habe ich auch nicht Glücksbrinde habe ich auch nicht okay hier hier ja aber wie kriege ich den denn jetzt hier raus getrennt das würde ich gerne wissen wollen aber ne entlassen wollen wir den ja nicht um Gottes Willen Gottes Willi wie kriegen wir den da jetzt raus hier raus lösen da unten ist das raus lösen gut dann habe ich den jetzt dummerweise entlassen das ist ja echt blöd war das ist ja das hier ist der Bogenschütze das sind jetzt die beiden und hier ist der Rest noch gut das ist doch schon mal was so weit so gut und gehen wir erstmal hier hin und holen uns von Siegeln gut und wer war denn noch Dino ich lass sie noch mal warten und beende die Runde hier so hier haben wir jetzt den und wusch hier siegt ohne Verluste ja ein Gold neuer fortsetzen so jetzt wollen wir mal gucken was ist denn hier alles das gleiche ja du hast ja ein Erntner dabei ne was ist denn hier was ist denn hier was ist denn hier ach so das war jetzt der Hinweis da drauf Steuerfahndung mit Steuerfahndung ist ja wohl geil aha hier unten gut dann warten wir nochmal ab hier ich werde jetzt wo sind die anderen da mit denen mal hier mit denen kann ich nichts mit denen kann ich ja nichts aufsammeln verdammt das ist doof das ist doof das ist doof ja da ging es ja darum ja ich kann es nicht ändern ich werde erst mal wieder da hingehen weil die sind gleich fertig hier bitte bitte Steuerfahndung so so wo sind sie denn ach so die anderen sind noch nicht da ja ja den kann er sich kühlen wo sind sie denn jetzt sind die da sind sie so jetzt haben wir drei drei und ähm ja ja der hat ja mal wieder überlassen ne wo ist denn der andere ja dann nehmen wir die mal für Entdeckung hier ne möchte wollen wir mal gucken was hier so los ist ich sage ja ich habe einen riesigen wolf gesehen hier ist hier ein zirkus was war das jetzt ich bin mir unsicher ob ich die jetzt alle alleine lassen kann da ne aber wir müssen hier aber wir müssen hier auch mal weiter kommen hier so dann machen wir den mal einsacken ne oh das ist auch ganz schön verlust so was hat das jetzt gewirkt 11 von 11 das ist es nicht hier hier brauche ich noch fünf ok jetzt kriege ich jetzt die hier oder krieg ich die nicht magische artefakt muss man wieder ein bisschen was bauen und ein bogen schützen und dann machen wir noch zwei prügler und die fertig sind so neuer speicherstand so kann ich nichts mehr schreiben na gut speichern so stufenaufstieg wer hat hier stufenaufstieg macht er hier oben schütze die haben wir jetzt ist man wieder weniger können die hier regenerieren ja immer wieder hin und runde beenden Aktionseffekte plus fünf mana pro tag so du sollst jetzt den weg du bist du erst mal gut aufgehoben und kannst warten so was haben wir hier noch die drei hier die wollen noch ein bisschen was unternehmen ah ein Lager hier nehmt ihr Münzen und eine Reihe verschiedener Gegenstände Lammenrüstung Lammenrüstung verleihen Lammenrüstung verleihen und 15 Gold das war es wert und da sind wieder die kleinen Viecher ne hier die hier hier ist denn der Siegelring was genau ist damit gemeint das wird das sein hier ne die haben wir jetzt erst mal die haben noch alle Leute gut jetzt sagen wir uns das auch gleich noch ein die haben wir uns angegriffen okay dann machen wir das mal zucken der Haut abfüllen und Stadt Lüreine die haben wir jetzt quasi dann holen wir uns doch erstmal die Segnung ne maximalen Schaden okay und dann gucken wir mal was das ist hier Gold Nugget Gold Nugget oh so dann können wir jetzt mal hier hin um aha 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 an Ach, und hier ist der. Ja, dann gehen wir da mal hin, dann machen wir zwei Runden, so wie es aussieht. Und hier wartet noch einer, Lede, ja, du bist ja erst mal hier, zack, ne, und Runde beenden. Ja, guck mal hier, jetzt habe ich hier 18, 12, 12, muss ich mal wieder was umsetzen, ne. Und fertig, geerntet, Pflanzensaft und Experience. Aha. Ja. So, was haben wir hier, minus 5 und jetzt haben wir gewobene Stimmung. Alle plus 2 will ins Grab, na gut. Hier ist der Zirkus, da ist er. So, wie sieht das aus hier, alle vollzählig. Dann vielleicht erst mal da hin. Ja. Ja. Dann sehen wir hier. Vielen Dank. Schauen wir mal, was es hier noch zu sehen gibt. Nein, da will ich eigentlich nicht für so Wahrsagerin. Verlasst den Zirkus. Dann sollten wir vielleicht da nochmal hin. Da können wir ja auch noch was einsacken. Die Jäger, die darf ich ja nicht alleine lassen. Die haben ihre Befehle. So, dann beenden wir mal die Runde. Genau. Ja, Adimantinu. Ich sollte Arbeiter losschicken, um etwas zu sichern, solange das noch möglich ist. Aber der kann ja nichts abbauen hier. Und hier haben wir auch keinen, der was abbauen kann. So, hier, ich wollte ja noch die Brückler. So, dann haben wir aber genug. Dann können wir uns wieder ein bisschen mehr bewegen. Was ist das denn hier? Der ist fast ausgebeutet, ne? So wie es aussieht. Die sind alle hier fast ausgebeutet. Oh, oh, oh. So. So, wer wartet denn jetzt noch auf? Der da oben. Ja, den wollten wir doch hier hinschicken. Ja. So. So, jetzt. Was sind jetzt der Siegelring? Jetzt ist er ganz woanders. Was ist das hier? Wo ist denn da jetzt der Sieger? Wo schnell habe ich das gar nicht mitgekriegt, wo der jetzt hier steckt? Gut. Ich seh, da kommt er. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder hier meinen Stein abgeschlossen. Sehr schön. Gucken wir mal. Können wir mal wieder ein bisschen mehr auf Forschung machen hier, ne? So, erstmal. Plus 3. Oder hier voll. 11 von 14, ne? Was reichen kann. Jawohl. Das soll jetzt erstmal reichen. Ach, schon wieder fast 2 Stunden. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, natürlich wie immer. Also, gefällt mir ein Follow, Kiste Bier, Flugreise, was auch immer dir einfällt. Ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich viel Spaß beim Selberspielen und danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.